Hallo ihr lieben Schützen! In diesem Video schauen wir uns deine Energien für den Juli 2023 einmal genauer an. Dazu nehmen wir das Seelenreise-Tarot und wir schauen jetzt einmal in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und mit Zukunft gehen wir in die Energien rein, wie sich also diese Situation jetzt in der nahen Zukunft entwickelt. Also, was sind die Energien für die Schützen? Ah, ein bisschen belastet. Okay, was ich reinbekomme ist ein bisschen Stress, entweder bist du überarbeitet oder es gibt hier andere Belastungen zum Thema Weiterentwicklung. Im Positiven könnte das bedeuten, dass ein Projekt oder eine Arbeit sich weiterentwickelt, du viel zu tun hast, es aber ein bisschen stressig ist und sich das doch aber auch körperlich vielleicht ein bisschen belastet. Ebenfalls kann es natürlich auch andere Belastungen geben zum Thema Weiterentwicklung einer Situation. Lass uns mal schauen und in die Tiefe gehen, was das Seelenreise-Tarot uns hier zu sagen hat. Oh, da guckt, da, Hallöchen, König der Kelche, der Hierophant, der Herrscher, ey, was geht denn? Der König der Münzen, der Mond, die zwei der Kelche. Was geht? Ihr Schützen, ihr habt jetzt drei Könige hier und den Herrscher. Welcher König fehlt noch? Der Stabkönig. Ja, Stabkönig haben wir hier nicht, wobei wir den Stabritter hier haben. Okay. Ja, unter dem Kartenrand sehen wir noch die fünf der Kelche. Also, wow, ich muss erst mal gerade klarkommen auf diese geballte Power, die wir haben an Maskulinität. König der Schwerter, König der Münzen, König der Kelche. Hierophant ist auch eine Führungsposition und dann auch noch mal der Herrscher hier mit der Herrscher, der im Prinzip alle Könige vereint. Im Moment sehen wir tatsächlich, dass es hier für dich gewisse Herausforderungen insofern gibt, aufgrund dessen, dass der Mond natürlich uns sagt, dass es hier Unsicherheiten und Ängste gibt. Irgendwas ist vielleicht hier im Verborgenen oder triggert deine Unsicherheiten an. Wir sehen auch hier die fünf der Kelche. Ich nehme die fünf der Kelche nicht wirklich wahr als Energie, die sich jetzt präsent zeigen wird im Juli. Ich habe das Gefühl, dass das, sage ich mal, auf gewisse Ereignisse in der noch früheren Vergangenheit hinweist. Die Energie, die ich für dich wahrnehme, ist, dass es bei dir noch einige Enttäuschungen gibt oder dass es ein paar Dinge gibt, die du vielleicht bedauerst oder betrauerst. Und auf eine Art und Weise ist das Gefühl das, was sich hier beeinflusst, was diese Unsicherheiten angeht. Also noch weiter früher weg, sage ich mal. Das wir jetzt sehen, ist hier die kürzliche Vergangenheit. Aber ich habe das Gefühl, es gibt in deinem Energiefeld noch etwas, wo du, sage ich mal, auf etwas fokussiert bist, wo sich die Dinge einfach nicht so entwickelt haben, wie du dir das erhofft oder gewünscht hättest. Und aufgrund dessen sehen wir auch hier aktuell gerade im Juli die Energie des Mondes. Sprich, da gibt es ein paar Unsicherheiten und Ängste. Gefühlt, da sehe ich sehr den Zusammenhang hier zu dieser Karte. Aber eins nach dem anderen. Lass uns mal in die Vergangenheit gehen. Kürzliche Vergangenheit. Hierofant. Herrscher, König der Kelche. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ist so geballte Power, das haut mich gerade ein bisschen um. Gehen wir mal in die großen Arcana-Karten als erstes rein. Denn der Hierofant sagt mir, Sinnsuche. Du bist gefühlt hier auf der Suche gewesen nach einem höheren oder tieferen Sinn, nach Sinnhaftigkeit in einer Situation. Für den ein oder anderen kann es um eine Beziehung gehen, aufgrund zwei Aspekte. Weil wir hier und jetzt im Juli eine Beziehung haben, eine Partnerschaft in deinem Leben. Das muss nicht zwingend immer romantischer Natur sein, wenn sich die zwei der Kelche zeigen. Die Sache ist die, weil wir so viele andere Könige hier haben. Es könnte eine private, also eine Liebesangelegenheit sein oder eine freundschaftliche Beziehung. Der König der Münzen würde darauf hindeuten, vielleicht was Freundschaftliches, familiäres oder ein Langzeitpartner oder auch ein Berufspartner. Und auch der König der Schwerter ist eher ein bisschen rationaler. Auch da könnte gegebenenfalls eine berufliche Partnerschaft sein. Deswegen habe ich das Gefühl, auch gerade mit dem Herrscher hier, da ist sehr viel Autorität. Und ich habe das Gefühl, dass das für die gesamte Bandbreite an Schützen, die jetzt schauen, wirklich in unterschiedliche Bereiche fällt. Was ich aber sagen kann, und da kriege ich etwas rein, energetisch, dass du mehr und mehr in deine Kraft kommst, in die Aktion gehst. Ich habe das Gefühl, du bist gerade in einer Phase, wo es sehr darum geht zu schauen, wo bist du gerade und wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Könige und der Herrscher sind sehr zielorientiert. Das ist das, was ich erreichen möchte und ich mache mir jetzt einen Plan, wie ich das machen kann. In der Vergangenheit hast du dir sehr darüber im Prinzip Gedanken gemacht, was du emotional möchtest. Ja, also der König der Kelche würde darauf hinweisen, was sind deine Ziele, was macht dich glücklich, was erfüllt dich. Auch das Thema Liebe könnte hier in der Vergangenheit eine große Rolle gespielt haben. Es kann zusätzlich sein, weil die Könige Ratgeber sind und der Herrscher dementsprechend auch und der Hierophant ein spiritueller Ratgeber ist, dass du mit sehr vielen Menschen gerade umgeben bist, die vielleicht älter sind als du, die ein bisschen mehr Erfahrung haben auf einem bestimmten Gebiet oder auch in verschiedenen Gebieten und dass du gerade in einer Phase des Lernens auf gewisse Art und Weise bist, weil du gefühlt mit Menschen umgeben bist, die einfach gerade ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Reife haben. Es sei denn, dass du mehr und mehr in diese Königskraft kommst, wo du jetzt wirklich aus deinem Repertoire an Erfahrungen, wie sagt man, greifen kannst, um jetzt für dich persönlich dein Leben in die bestmögliche Richtung zu steuern. Und was wir hier zum Beispiel auch sehen für den einen oder anderen in der Vergangenheit, kann es tatsächlich auch eine Langzeitpartnerschaft sein. Der Hierophant kann eine Ehe sein. Der Herrscher ist auch Struktur, da können wir also eine gewisse Struktur haben, eine traditionelle Struktur innerhalb einer Liebessituation, innerhalb einer Liebespartnerschaft. Aber auch kann es sein, dass du hier in der Vergangenheit vielleicht gesagt hast, okay, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Struktur, wenn ich meine Ziele erreichen möchte. Und ich habe das Gefühl, dass manche von euch hier auch auf einem sehr spirituellen Weg durchaus waren in der Vergangenheit. Und gesagt haben, okay, ich muss jetzt diesen Aspekt in meinem Leben, der Spiritualität ein bisschen mehr leben, Dinge machen, die mich erfüllen. Ich sehe hier durchaus auch, dass du in der Vergangenheit wirklich sehr spirituelle Menschen um dich herum hattest oder ein besonderer spiritueller Coach, ein Trainer, ein Mentor, der hier gefühlt auch eine große Rolle eingenommen hat in deiner persönlichen Weiterentwicklung. So, lass uns mal einmal weiter reinfühlen. Ich habe das Gefühl, ich möchte es gerne ein bisschen mehr definieren, weil es einfach dadurch, im Prinzip kann es sein, dass du gerade dein ganzes Leben unter die Lupe nimmst. Hey, was will ich emotional? Hey, was will ich jetzt materiell gesehen? Ich möchte Stabilität, ich möchte Sicherheit. Auch das Thema Tradition spielt hier gefühlt eine ganz, ganz große Rolle. Ob es traditionelle Sachen sind, die du, sage ich mal, traditionelle Lehren sind, die du spirituell lernst oder ob du sagst, nee, ich möchte hier eine Beziehung. Für den einen oder anderen ist das eine Geschäftsbeziehung, die dich aber sehr glücklich macht und erfüllt, die auch gefühlt sehr erfolgreich sein ist. Und für die anderen ist es hier eine Liebesbeziehung oder eine Verbindung, eine private Beziehung, die auch in der Essenz hier, wo wir eine sehr tiefe Verbindung haben, wo es darum geht, dass dir das sehr, sehr wichtig ist, dass wir hier gewisse Strukturen haben, die eine Rolle spielen. Und wo jetzt, sage ich mal, im Juli die Frage ist, wie entwickelt sich das langfristig weiter? Also egal, in welchem Bereich diese Beziehung fällt, davon abgesehen, dass du gefühlt gerade sehr viel gelernt hast und nach wie vor lernst, Trainer, Coach, Mentorin, Lehrer, die gefühlt in deinem Umfeld sind und waren, geht es jetzt gefühlt als Hauptthema um die Langfristigkeit. Wo willst du langfristig gesehen hin? Materiell gesehen. Das kann zum einen bedeuten beruflich und finanziell langfristige Pläne, auch da gefühlt gibt es Unsicherheiten. Ich habe das Gefühl, dass es hier irgendwas gibt, was du vielleicht gerade noch nicht... Ich habe das Gefühl, dir ist unklar, wo du langfristig hin möchtest. Du hast in der Vergangenheit sehr... Das ist krass, ne? Ja, du hast in der Vergangenheit sehr gefühlt dich mit dir persönlich beschäftigt. Es kann sein, dass es gewisse Beziehungen in deinem Leben gibt oder gab, die dich durchaus sehr geprägt haben, emotional als auch spirituell, vielleicht auch geschäftlich. Das ist das Ding. Wir haben so viele Einflüsse hier, dass ich im Prinzip gerade gar nicht weiß, auf welchen ich als erstes eingehen soll. Da sind so viele, gefühlt so viele Menschen in deinem Leben, vielleicht auch wirklich in den letzten Jahren, die alle auf gewisse Art und Weise beigetragen haben, gefühlt in der Vergangenheit, eher mit dem Schwerpunkt emotionales Glück finden, was ich natürlich auch auf den Beruf beziehen kann. Sprich, du könntest dich in der Vergangenheit auch gefragt haben, hey, was macht mich denn beruflich glücklich? Was ist denn das, was mir langfristig gesehen Erfüllung geben würde? Sprich, du hast hier in der Vergangenheit vielleicht wirklich tiefer geschaut, nach Sinnhaftigkeit, etwas Sinnhaftes in deinem Leben zu machen, auch beruflicher Natur gesehen. Und da viele von euch können selber auch in die Selbstständigkeit gegangen sein oder können, ja, sage ich mal, eine Führungsperson oder Persönlichkeit, sage ich mal, sein auf dem Gebiet, was sie machen, wo andere Menschen aufblicken zu dir. Ich kriege diese Energie rein, dass viele Menschen zu dir schauen. Ob du jetzt ein Anführer bist oder ob du ein Trainer, ein Coach selber bist oder einfach nur, weil du so eine kraftvolle Ausstrahlung hast, weil du so eine kraftvolle Energie hast. Ich habe das Gefühl, Menschen werden angezogen von dir und deiner kraftvollen Ausstrahlung. Und das bereits hier in der Vergangenheit. Menschen sind vielleicht auch bereits zu dir gekommen, um spirituellen Rat zu bekommen oder um sich spirituell zu verbinden. Auch das kann hier durchaus sein. Also in der Vergangenheit, um das einmal abzuschließen, wird ein bisschen länger hier, weil so viel geballte Power hier ist. In der Vergangenheit eher der Fokus auf Spiritualität, erfüllt sein, glücklich sein, vielleicht auch die Liebe. Ja, das kann durchaus sein, aber das war gefühlt der Hauptfokus. Jetzt geht es aber eher darum, zu gucken, wo willst du langfristig hin? Ich habe das Gefühl, du hast viel an dir persönlich gearbeitet. Da ist eine gewisse emotionale Balance oder Stabilität. Nein, daran hast du sehr gearbeitet, an deinen Themen zu arbeiten. Jetzt ist allerdings hier die Frage, okay, wie ich gerade schon sagte, schon 20 Mal, in welche Richtung willst du jetzt gehen? Langfristig gesehen, wohin soll sich dein Leben jetzt entwickeln? Und darüber bezieht sich gefühlt diese Unsicherheit. Und ich habe das Gefühl, diese Unsicherheit ist daraus resultierend, dass du in der Vergangenheit Dinge angefangen hast, die du gerne langfristig in deinem Leben etablieren wolltest. Das hat aber gefühlt nicht geklappt. Das kann für den einen oder anderen von euch im Beruf sein, auch Beziehungen und langfristig Beziehungen, sage ich mal, aufrecht zu erhalten. Für wiederum andere sind es vielleicht wiederum andere Aspekte aus deinem Leben, vielleicht auch irgendwelche Hobbys oder Dinge. Es fühlt sich an wie Dinge, die du langfristig etablieren wolltest, die dann aber nicht langfristig etabliert wurden. Und das hat dich enttäuscht. Und ich habe das Gefühl, diese Energie, die ich bekomme, ist so eine gewisse Unsicherheit. Sorry, wir haben auch den... Leute, das ist immer der Hit, wenn ich einfach nur fließen lasse und dann wieder sehe, ah, Moment, da haben wir ja auch den Mond. Ja, das ist genau das Ding, diese Unsicherheit, aufgrund dessen auch gefühlt mit einer Angst, weil in der Vergangenheit die Dinge sich anders entwickelt haben, als er hofft. Und ich habe das Gefühl, dass du, dass der ein oder andere sagt, oh, ich habe Angst, jetzt wirklich langfristig Arbeit in gewisse Situationen reinzustecken oder das jetzt langfristig mich darauf fokussieren zu wollen, weil ich Angst habe, dass das schon wieder nichts wird. Und so nach dem Motto, wenn ich keine Erwartungen habe, kann ich auch nicht enttäuscht werden. So, wenn ich das nicht anfange, dann kann ich wenigstens nicht, wie sagt man, verlieren. Dann kann das wenigstens nicht in die Hose gehen, so nach dem Motto. Und worum es hier auch geht, ist tatsächlich mit den zwei der Kirchen, das sagte ich vorhin schon, das Thema Partnerschaften. Zum einen kriege ich rein, dass du dir ein bisschen unsicher darüber bist, welche Beziehungen in deinem Leben gegebenenfalls eine ganz bestimmte Beziehung. Welche Beziehungen sind für dich stabilisierend? Welche Beziehungen sind unterstützend, stabilisierend? Geben dir ein Gefühl der Sicherheit? Und was sind die Beziehungen, die du langfristig in deinem Leben haben möchtest? Für manche von euch kann es auch noch mal zu, wobei, witzig, kommt tatsächlich gerade nicht so intensiv. Ich habe das Gefühl, die Beziehung, die du zu dir hast, ist tatsächlich mittlerweile recht gut geworden. Es geht jetzt aber eher darum, weil wir eben die zwei der Kirche hier haben, was sind die Beziehungen, die jetzt langhaft von Bestand sein werden in deinem Leben? Was sind die, mit Beziehungen könnten das auch Verträge sein? Wenn wir uns mal anschauen, wie sich die Situation weiterentwickelt, und das könnte bereits Ende Juli hier sein, also wir haben hier die generelle Juli-Energie, wie entwickelt sich das? Das kann bereits Ende Juli, oder auch bereits die Situation kann sich schon Mitte, Ende Juli wandeln. Wir haben den König der Schwerter, du bekommst zum einen Klarheit. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass du sagst, das ist so spannend, weil wir hier kein Erdelement mehr haben. Ich habe das Gefühl, dass dir diese Situation ein bisschen zu viel wird, und du sagst, so, ich muss jetzt erstmal raus. Ich habe jetzt die Klarheit, vielleicht habe ich die Klarheit, dass ich einfach gerade keine Klarheit darüber habe, und ich werde jetzt erstmal rausgehen. Hier, Ast der Stäbe, Ritter der Stäbe. Ritter der Stäbe ist definitiv auch eine deiner Energien, wo du sagst, okay, ich muss jetzt erstmal frei sein. Vielleicht brauche ich einfach mal wieder ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen Freiheit, gute Laune, Party für den einen oder anderen, oder verreisen, unterwegs sein, Ausflüge machen. Und ich habe das Gefühl, worum es hier in erster Linie tatsächlich geht, ist, vielleicht auch, weil es Unsicherheiten in einer bestimmten Beziehung geht, dass du sagst, ich muss erstmal wieder in meine Energie kommen. Denn du bist Feuerelement. Und gerade dieser Freiheitsdrang, du bist auch der Visionär, der große Ideen hat und große Vorstellungen, aber der Ritter der Stäbe ist absolut diese Energie von Freiheit, von, okay, Moment, vielleicht möchte ich mich hier gerade doch nicht binden, jetzt langfristig gesehen. Ich habe jetzt so an mir selber gearbeitet hier. oder an meinen Thematiken und daran glücklich zu sein und erfüllt zu sein oder mich emotional zu stabilisieren, was diese Langfristigkeit hier jetzt angeht, da gibt es einfach Unsicherheiten darüber. Vielleicht gibt es andere Aspekte. Ich sagte ja, für manche von euch sind es, wohin sollen jetzt gewisse Lebens- oder beziehungsweise, es könnte hierfür um viele Beziehungen gehen in deinem Leben, die du alle überprüfst, wo du einfach unsicher bist. Aber es kann auch um eine ganz bestimmte Beziehung gehen. Letzten Endes, was bleibt, ist die Unsicherheit, aufgrund dessen, dass es hier gewisse Enttäuschungen gibt beziehungsweise gab. Und ich habe das Gefühl, du kommst letzten Endes zu dem Entschluss, dass du sagst, ey, ich muss erstmal raus. Ich muss raus, ich muss wieder neu inspiriert werden. Ich brauche neue Energie, neues Feuer. Ich gehe jetzt auf Reisen. Vielleicht möchtest du auch umziehen, weil du das Gefühl hast, das ist was, was du jetzt machen musst. Aber ich habe das Gefühl, du musst, es geht darum, dich selber wieder mehr auszudrücken, dein Seelenfeuer zu leben. Das ist gefühlt diese Energie, die jetzt auf dich zukommt. Gefühlt die Klarheit, ich muss jetzt erstmal raus. Ich möchte mich vielleicht gerade doch nicht binden. Und ich möchte jetzt hier neue Energie, neues Feuer, ich möchte wieder bei mir selber ankommen. Halleluja, was für eine intensive Energie. Das hat jetzt auch ein bisschen gedauert am Anfang, da reinzukommen mit all dieser geballten Power. Was ich aber jetzt einmal machen möchte, ist, dass wir einmal in die Tiefe gehen mit dem Lenormand. Das heißt, ich ziehe dir jetzt noch einmal die große Tafel mit dem Lenormand, ziehe Zusatzkarten mit dem Tarot, unter anderem auch einen Tipp für dich, was aktuell gerade das Beste für dich zu tun ist in der Situation. Und wir ziehen auch noch mal mehrere Orakelkarten als zusätzliche Hinweise für deinen Juli. Das Ganze wie immer auf Vimeo oder Patreon. Die Erweiterung findest du dementsprechend unter diesem Video. Der erste Link führt zu Vimeo und der zweite zu Patreon. In dem Sinne starte ich jetzt mit deiner Erweiterung und freue mich, dich gleich wiederzusehen. Also bis gleich. Mua! 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 Untertitelung des ZDF, 2020